Hallo, hier ist Wolfgang Katschner von der Lautenkompanei. Sie sehen mich hier in Schöneweide, in der Christuskirche, wo gerade ein neues Projekt entsteht. Eine CD und ein Konzertprogramm mit dem Titel Winterreisen. Und in diesem Programm geht es um das Weggehen, um das Ankommen, um letzten Endes, um Heimat, um Identität, um Sehnsucht. Wer bin ich, was will ich, wo möchte ich hin? Und alle möchten nach Hause und zum Weihnachtsfest. Das ist so ein bisschen der Grundcharakter dieses Programms. Und es vereint deutsche geistliche Musik aus dem 17. Jahrhundert, zum Beispiel von Johann Hammerschein, von Heinrich Schütz, von Andreas Hammerschmidt, um eine einige zu nennen, mit Volksliedern, die zum Winter und zu Weihnachten passen. Lieb Nachtigall, wach auf, ach bitterer Winter, nun treiben wir den Winter aus, die wir in modernen Arrangements spielen und aufnehmen. Und ich möchte Sie einladen, ein Teil dieses Projektes, ein Teil unserer Geschichte zu werden. Wenn Sie Lust haben, wenn Sie sich dafür interessieren, unterstützen Sie uns. Darüber würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und tschüss.